ja leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute mit einem beschissenen thema mal wieder video 2 zum thema corona virus ich will auch gar nicht lange diskutieren über das thema oder irgendwelche theorien aufgreifen oder was auch immer da alles im netz gerade kursiert in wirklichkeit haben wir alle keine ahnung gerade was abgeht aber eine sache ist fakt und zwar schließen immer mehr fitnessstudios das heißt wir die trainieren möchten oder auch die gerade irgendwelche ziele haben körperlich können das entweder ein nagel hängen und irgendwie trübsal blasen und nichts tun oder sie fangen an ein bisschen was zu trainieren und ich habe da mehrere workouts für euch online ich verlinke mal hier drumherum alle workouts oder ein teil der workouts die schon online sind ihr könnt noch mehr davon abchecken sind alle kostenlos auf diesem kanal ja das möchte ich einfach nur kurz ans herz legen ich überlege auch live workouts zu machen wenn ihr bock auf sowas habt schreibt bei unten in die kommentare dann mache ich mit euch live workouts in der zeit wo jetzt die gyms zu sind und vielleicht ja sogar noch ausgangssperre kommt oder sowas in die richtung ja lasst es mich wissen schreibt mir in die kommentare auf was für workouts ihr bock habt und dann kriegen wir da zusammen eine lösung und wir können weiterhin zusammen irgendwo sport machen bleibt gesund leute wir sehen uns bald wieder bis dahin ciao